Grüße euch, ein herzliches Willkommen bei BlaupauseTV, eine neue Ausgabe heute wieder von Kaleidoskop. Unser Thema heute, mentales Fitness oder mentale Fitness und Visionen im Sinne der Intuition, intuitive Vision. All diese Dinge werden wir brauchen, um die kommenden Zeiten gut zu manövrieren, gut da durchzusteuern. Und ihr wisst, das ist eh ein Steckenpferd von mir und von Martin sowieso auch. Also dachten wir, wir geben mal ein paar Tipps, ein paar Anweisungen oder ein paar Impulse zumindest mal, was möglich ist. Bevor wir loslegen, kurzer Werbeblock. Diese Sendung wird hier präsentiert von BlaupauseTV und das umfängliche Angebot. Und das besteht eben nicht nur aus Videos, sondern eben auch aus Produkten und Dienstleistungen von Elektrosmoggeräten, die sozusagen dich davor schützen können. Vor gesundheitlichen Schäden haben wir sehr gute Sachen mit den Coldsoft-Produkten. Da gibt es auch aktuell noch eine Rabattaktion bis 20% auf ausgewählte Platten. Schau mal auf meinen Shop beziehungsweise in den Telegram-Kanal rein. Dort findest du alles. Und natürlich auch das Thema Vermögenschutz. Ihr wisst es, damit finanziere ich hauptsächlich diesen Sender hier, wenn das interessiert und keine Lust mehr hat, das System zu unterstützen, wo ständig Milliarden woanders rausfließen, der darf mich gerne mal kontaktieren zu einem kostenlosen Erstgespräch. So, Martin, dann legen wir auch gleich los. Ein wichtiges und spannendes Thema, wie ich finde. Wie gehst du damit um? Wie sorgst du für mentale Fitness bei dir? Und natürlich ohne nur im Kopf zu sein, sondern auch das Herz und Gefühl wieder mit reinzunehmen und die Intuition und deine Vision zu stärken. Was sind da so deine täglichen Routinen eigentlich? Patrick, hallihallo, guten Morgen. Also bei euch ist Mittag, bei mir ist morgen in Panama. Und ich habe hier einen wunderschönen Blick auf den Pazifik. Ich sehe Richtung Osten, äh, Richtung, ähm, doch Osten, also Sonnenaufgang. Und wieso erwähne ich das? Weil dies nämlich ich bereits auch schon zu meinen mentalen Fitness und den Inspirationen der intuitiven Visionen gehört. Also du hast mich gefragt, was ich mache. Ich stehe jeden Morgen früh auf. Ich versuche sogar, das gelingt mir ehrlich gesagt nicht immer, ich versuche sogar jeden Morgen etwas vor Sonnenaufgang aufzustehen. Dann setze ich mich eben bei uns hier auf die Terrasse. Mit Blick aufs Meer. Draußen ist es noch schön dunkel. Ich sehe rechts, sehe ich die Altstadt Panamas, spanische Architektur. Links den modernen Teil der Stadt und vor mir das offene weite Meer. Und das schon alleine ist natürlich eine sehr schöne Inspiration für das intuitive Höhere selbst. Und dann, ähm, hinsetzen, Kaffee trinken, meditieren, beobachten, wie langsam der Himmel sich anfängt zu verfärben und, und, und auch das Tageslicht immer stärker wird. Das, das löst dann auch immer den einen oder anderen Gedanken aus. Weil für mich, wenn ich von diesen Art von Meditationen spreche, und darauf kommen wir sicher auch noch, es gibt ja ganz viele Formen der Meditationen. Also wenn ich am Morgen früh gleich nach dem Aufwachen, bevor ich überhaupt erst einmal die Augen öffne, da meditiere ich, indem ich meine Aura reinige, meine Chakren reinige. Und wenn ich dann aber aufstehe und den Kaffee trinkt, äh, mir zubereite und dann auf die Terrasse gehe und mit offenen Augen Kaffee trinkend, dem Sonnenaufgang zuschauend, dann ist das auch eine Form der Meditation. Nicht mit geschlossenen Augen, aber dann seniere ich vor mich hin. Durch die Stille, die um mich herrscht, ähm, entsteht natürlich auch Raum für Gedanken, Gedanken zu den einen oder anderen Tagesabläufen, äh, zu möglichen, äh, Ideen, die ich habe und, äh, mit denen ich vielleicht, äh, etwas Neues kreieren könnte oder ein neues Buch oder ein neues Video. Also ich gebe mir sehr bewusst am Morgen früh Zeit, mein mentales Fitness durchzuführen, indem ich sicher eine halbe Stunde bis drei Viertelstunde auf der Terrasse sitze und nach draußen schaue. Und das öffnet dann natürlich auch meine intuitiven Visionen. Und lustigerweise, ähm, kommt dann nach dem meistens tatsächlich auch ein Zeitfenster, äh, für körperliches Fitness. Das gehört genauso zur mentalen Stärke und zu den intuitiven Klarheiten, die, das körperliche Fitness, da gehe ich dann meistens ein paar Stockwerke nach unten. Da haben wir ein Schwimmbad, da haben wir auch ein, ein Fitnessstudio. Und wenn es die Zeit dann auch erlaubt, das ist vielleicht drei, vier Mal pro Woche, dann gehe ich schwimmen, eine halbe Stunde oder so, oder gehe ins Fitnessstudio oder auch spazieren. Also wenn ich ganz aus dem Gebäude gehe, dann kann ich die Straße überqueren und da ist ein ganz langer Park der Promenade, Promenade, der Meerespromenade entlang und da dann barfuß hoch und runter spazieren, barfuß, weil da ist Gras. Und das ist dann so das Earthing. Das hilft dann über die Verbindung mit der Natur in Kontakt mit der Erde zu kommen. Und so sorge ich dann auch für etwas, ähm, körperliches Fitness. Also ich versuche so diese heilige Trinität zwischen Körper, Mentalem, Geistigem und Intuitiven immer fit und wach zu halten. Ich denke, Patrick, das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, weil du bist ja im schönen Bayern und da seid ihr ja auch umgeben von wunderbarer Natur. Und was hast du da zum Beispiel für eine Routine, was diese Art von Fitness angeht? Würde mich natürlich auch interessieren. Ich habe auch tatsächlich eine ganz klare Routine. Wenn ich aufstehe, ist das Erste, dass ich mir erst mal klar mache, warum ich die Augen aufmache. Ja, was ist, was ist mein Ziel? Warum atme ich und lebe ich? Ja, was, wofür brenne ich? Was ist also, ja, mein Goal? Und dann höre ich eigentlich, ich mache früh meistens dann die Sendungen fertig, E-Mails beantworten, Tagesplanung so ein bisschen. Das mache ich auch beim Kaffee. Und dabei höre ich quasi unsere Ionetic Tracks, ja, die mental natürlich dementsprechend schon mal ein bisschen programmieren. Immer abgestimmt letzten Endes auf mein nächstes Ziel, also das unmittelbare Ziel oder auf den Tag gerechnet. Dann ist die erste kleine Meditation, wenn ich mit dem Hund rausgehe dann, was so ungefähr eine Stunde nach dem Aufstehen ungefähr passiert. Ja, dann, da habe ich alles weg, da ist kein Handy mit dabei, sondern da bin ich einfach nur auch in der Natur, je nachdem, wie das Wetter ist. Es ist auch mal länger und oder mal kürzer. Wenn es jetzt natürlich schüttet wie Sau, dann auch nicht unbedingt. Und ich mache auch Sport, ja. Ich mache fünfmal die Woche Sport. Das ist das wie, also dann, wo ich dann sage, der Körper darf da was machen, weil er natürlich auch dadurch stark wird. Und dann abends mache ich meine Visualisationstechnik. Das heißt, ich stelle mir quasi wie so eine Kugel vor, die strahlt. Und ich bin im Hier und Jetzt, lasse mich nicht ablenken. Und ich stelle mir halt vor, wie diese Strahlen dieser Kugel sowohl in die Vergangenheit auch als in die Zukunft gehen. Und ich visualisiere eigentlich diese Kugel so einen halben Meter, Meter vor mir. Und wie sie quasi meine Emotionen, wie fühle ich mich, wenn ich A, mein Ziel erreicht habe, B, vielleicht einen erfolgreichen Tag hatte. Und dieses gebe ich in diese Kugel rein, wie sie anfängt, sich dann zu rotieren. Und diese Strahlen eben und diese Emotionen und Visionen sozusagen in die Vergangenheit und in die Zukunft projiziert. Das ist das, wie ich dann sozusagen meine Intuition stärke oder man könnte auch sagen, eine Programmierung vornehme, eine Visualisierung vornehme, um wieder den nächsten Tag vorzubereiten. Natürlich passiert tagsüber auch immer mal wieder was anderes, wo andere Dinge dazukommen. Aber das sind eigentlich die klassischsten Sachen, die ich jeden Tag mache. Mir bewusst werden, wozu? Warum stehe ich auf? Ja, wenn du das nicht weißt, das ist nicht so schön, ja, dann lebst du so einen Trott rein. Dann natürlich, wie gesagt, mentales Training, körperliches Training, Intuition stärken. Und abends reflektiere ich das für gewöhnlich dann auch nochmal. Wie war mein Tag? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Was ist gut gelaufen? Was kann man besser machen? Ja, um einfach so ein kleines Feedback für mich zu haben. Und den kann ich für gewöhnlich sehr friedlich und seelisch auch schlafen. Weil ich ein Mensch bin, der versucht auch das Beste aus jedem Tag rauszuholen. Es gelingt auch nicht jeden Tag in der vollen Gänze, aber über die sieben Tage, die so eine Woche hat, würde ich sagen, an fünf Tagen gelingt es mir. Und das reicht, ja, um gewisse Schritte einfach dann auch zu machen. Und das ist das, was ich auch den Menschen empfehle. Denn wenn man das als Routine hat, dann ist es ein Automatismus. Du denkst nicht mehr drüber nach. Und das ist das, was ja viele auch sagen. Irgendwann wird es ja leichter. Die Dinge kommen zu dir, die Projekte funktionieren, die Kontakte sind super, weil du auch effektiv dafür etwas machst. Nicht zu unterschätzen natürlich auch der körperliche Aspekt. Spazieren gehen, draußen in der Natur sein, aber auch mal den Körper an die Grenzen bringen, durch Training, Schwimmen oder was auch immer, Laufen gehen. Das sind so alles Sachen, die auch wichtig sind, um den Cortisol-Spiegel wieder runterzukriegen, damit wir wirklich in der Entspannung sind. Das wäre so mein Tagesablauf normalerweise. Vielleicht noch zum Begriff intuitive Visionen und Fitness zu diesem. Währenddem du gesprochen hast und von der Reise oder von diesem Licht, wie hast du gesagt, Licht in die Vergangenheit und die Zukunft, ist mir die Technik Remote Viewing in den Sinne gekommen, weil diese arbeitet ja mit Visualisieren der Vergangenheit und der Zukunft. Und diese ist natürlich extrem gut geeignet für, sagen wir jetzt mal, intuitives Fitness. Also wir haben vom körperlichen Fitness gesprochen, im Sinne von Sport, von Spazieren, von Fitnessstudio oder draußen rennen etc. Und natürlich auch dem mentalen Training, eben sich auch Gedanken und Vorstellungen machen, was will ich, was ist mein Grund, wieso ich aufstehe heute. Und beim intuitiven Fitness oder eben beim visionären Fitness, da haben doch oft immer wieder die Menschen Schwierigkeiten oder sich vorstellen zu können, wie das dann funktionieren könnte. Und da möchte ich jenen, für die das noch ein bisschen abstrakt tönt, das intuitive Vision oder vielleicht auch das Fitness, das Wie kann man es stärken, eben die Technik Remote Viewing empfehlen. Remote Viewing ist eine moderne, also unterdessen auch nicht mehr so modern, doch auch schon 40, 50 Jahre, aber doch relativ moderne intuitive Technik, die in den USA entwickelt wurde, in den 70er und 80er Jahren vom Stanford Research Institute. Und zwar ging es darum, zu sehen, wie die Kraft der Intuition auch wissenschaftlich erklärt werden könnte und wie sie auch effizient eingesetzt werden kann. Die Technik hat sich unterdessen erweitert. Da sind natürlich sehr viele Spezialisten entstanden und jeder hat so ein bisschen seine eigene Richtung entwickelt. Aber so prinzipiell der Ablauf der Protokolle, mit denen man im Remote Viewing vorgeht, der ist sich sehr ähnlich geblieben bei den unterschiedlichen Remote Viewing Trainern oder intuitiven Fitnesstrainern. Und das ist eine Technik, durch das sie sehr sachlich und sehr logisch aufgebaut ist, gerade für uns im Westen sehr unterstützend ist, weil sie zeigt einem, welche Schritte man gehen sollte, um die intuitiven Visionen zu verstärken. Tatsächlich auch aufgebaut wie ein Fitnessprogramm oder wie ein mentales Coaching-Programm ist, dieses intuitive Programm Remote Viewing aufgebaut. Und da gibt es im Internet ganz, ganz viele spannende Informationen. Da gibt es ganz viele Videos. Ich persönlich arbeite schon jahrelang mit Remote Viewing und wenn man meinen Namen googelt im Zusammenhang mit Remote Viewing, taucht auch ganz viele Informationen dazu auf. Also das ist etwas, das ich jedem empfehlen könnte, diese Technik. Weil das Spannende dabei ist, es ist keine abstrakte Technik. Das heisst, man visualisiert nicht irgendwelche zeit- und raumverschobenen Realitäten, irgendeine Außerirdische oder, was weiss ich, andere Planeten, von denen man vielleicht auch sich vorstellen könnte, ja, da bilde ich mir das nur ein oder nicht, sondern Remote Viewing arbeitet mit der Visualisierung in der dritten Dimension. Das heisst, wir versuchen uns Personen oder Objekte vorzustellen, intuitiv, um zu sehen, wie es denen heute geht oder in was für einem Zustand die heute sind. Und wenn man diese Technik abgeschlossen hat, dann kann man entweder die Person anrufen und fragen, wie geht es dir? Oder man kann googeln, um zu sehen, wie dieses Gebäude, das man für sich visualisierte, tatsächlich auch aussieht in der Realität. Wie gesagt, diejenigen, für die das Thema Remote Viewing ganz neu ist, mag das jetzt alles sehr abstrakt klingen. Ich möchte jetzt hier nicht in die Einzelheiten gehen, weil das ist kein Remote Viewing Thema, aber einfach, um zu zeigen, dass das zum Beispiel eine Technik ist, die ist extrem effizient, um die intuitiven Visionen zu schulen, weil man dann gleich nach der Übung sehen kann, wie treffsicher bin ich mit meiner intuitiven Vision gewesen. Und das Spannende ist ja dann, war bei mir so, und das beobachtete ich auch bei ganz vielen Teilnehmern meiner Remote Viewing Seminare, die ich früher gab, dass, wenn man Vertrauen hat in die eigenen intuitiven Visionen, weil man gesehen hat, wow, das, was ich bei diesen Remote Viewing Übungen gesehen hatte, das war zu 80 Prozent richtig, dann vertraut man eben auch viel bewusster auf Visionen, die man zum eigenen Leben hat, Inspirationen für die eigene Zukunft etc., um den richtigen Weg zu gehen. Also das wäre sicher eine Technik, die ich empfehlen kann, um das Fitness für das intuitive Visualisieren zu verstärken. Unbedingt sogar. Wir können ja mal gucken, liebe Community, schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt. Dann machen wir mal eine Live-Sendung mit Martin und wir reden mal einen ganzen Abend lang mehr oder weniger über Remote Viewing, was hier für Fragen auftauchen und so weiter, weil das Thema ist nämlich hoch, hoch spannend. Ich kann es auch nur jedem dringlich empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, denn es folgt einem, und da hast du vollkommen recht, es ist viel leichter dann auch den Impulsen, die so tagsüber kommen, auch zu folgen oder rauszukriegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, diesen Impuls auch umzusetzen. Manchmal ist es ja sofort, ja, das ist präsent, zack, umsetzen, Ergebnis. Manchmal braucht es aber auch ein paar Tage, wo du sagst, jetzt ist der richtige Moment, aber wir spüren das dann. Und die meisten Menschen, ich meine, ich glaube viele, dass viele diese Impulse spüren, aber sie eben nicht umsetzen, weil sie nicht wissen, wo kommt das her, ist das jetzt eine Idee, Spinnerei oder sonst irgendwas. Und ich habe auch gelernt, die Dinge eigentlich sofort, wenn es geht, wenn es möglich ist, umzusetzen, weil das Ergebnis spricht für sich über die letzten Jahre. Ja, wenn das so geklappt hat und eben nicht noch ewig zu warten, dann ist meistens der Moment weg, weil dieser Impuls kommt zur richtigen Zeit, ja, für gewöhnlich. Ich würde noch empfehlen, und das ist auch etwas, was ich sehr häufig mache, zu schauen, tagsüber, wo hat man limitierende Gedankengebäude, limitierende Glaubenssätze. Wenn es möglich ist, versuchen, die sofort aufzuschreiben oder sich abends dann spätestens nochmal zu erinnern, hinzusetzen und zu überlegen, wo kommt der her, ja, was macht der eigentlich mit mir, ist er noch notwendig, hat er überhaupt einen Grund, warum er da ist? Und wenn ja, welchen? Und welchen konträren Satz dazu kann ich etablieren, damit wir auch aus den Gedankengebäuden rauskommen und immer mehr sozusagen ohne Limit leben können und denken können? Das hilft uns eben Schritt für Schritt, von Woche zu Woche, wo du das machst, freier zu werden, mehr Selbstvertrauen letzten Endes auch aufzubauen und die Dinge dann eben halt auch wirklich zu transformieren. Denn oft hindert uns ja der Weg nach vorne eigentlich genau diese limitierenden Glaubenssätze, die wir alle irgendwo haben. Wir sind massiv indoktriniert mit und vollgestopft mit diesen Sachen. Und wenn wir die Schritt für Schritt wegnehmen. Manchmal ist es auch so, wenn ich einen habe und ich weiß nicht richtig damit anzufangen, hey, gebt es mal bei YouTube einen. Ihr werdet überrascht sein, wie viele gute Videos dazu gibt, zu einem bestimmten Thema. Und dann schaut man sich das an und merkt, er stimmt. Da habe ich mich selber wieder begrenzt. Dort habe ich selber wieder eine Limitierung. Und die nach und nach halt wegbringen. Wenn man das regelmäßig macht, dann sieht die Welt oder das eigene Leben nach drei Monaten komplett anders aus. Nach einem halben Jahr vollständig anders. Bei vielen 180 Grad Kehre. Weil, wie ihr sicherlich wisst, unsere Gedanken bestimmen auch unsere Emotionen. Und unsere Emotionen bestimmen das, was in der Zukunft geschehen wird. Weil wir über diese Emotionen mit dem Feld kommunizieren. Auch in die Intuition geht da rein. Und damit gewisse Dinge vorwegnehmen. Oder man könnte sogar sagen, programmieren oder in einer anderen Sprache zu uns ranziehen. Und wenn man das regelmäßig macht und erst kleine Erfahrungen gemacht hat und feststellt, hey, es funktioniert, dann nimmst du dir das nächstgrößere Ziel vor, das nächstgrößere, das nächstgrößere. Du gehst in eine Wachstumsphase rein für dich selber und erlebst es unmittelbar in deinem Umfeld, wie sich das verändert. Und es ist so einfach. Und weil es so einfach ist, glauben es viele nicht oder machen es nicht. Oder bleiben nicht regelmäßig dran. Aber es ist etwas, was täglich eigentlich umgesetzt werden sollte. Und dann hast du nach 21 Tagen, 40 Tagen und so weiter, hast du ganz andere Ergebnisse. Das kann ich auch jedem empfehlen, sich da genauer so einen Notizblock zu machen. Und diese Dinge da reinzuschreiben. Und dann nach einem halben Jahr mal zurückblättern. Das ist auch interessant. Was waren so die Themen vor einem halben Jahr? Du gehst in die Reflexion und merkst, hey, aber das ist ja Wahnsinn. Das glaube ich ja schon gar nicht mehr, was da drin steht. Das habe ich vollkommen geändert. Und das gibt eben den Antrieb, sich auch größere Dinge vorzunehmen. Das funktioniert. Das ist geniales mentales Fitness. Ja, am Ende ist es immer das. Das ist langfristig. Ja. Ja, es ist immer langfristig. Es gibt diese kurzen, schnellen Ergebnisse, die gibt es bei gewissen Themen. Gibt es die. Du hast eine Schnapsidee, setzt sie um, eine Woche später hast du das Ergebnis. Das gibt es. Aber gerade bei diesen tief verankerten Glaubenssätzen und Überzeugungen, die wir haben, ist es ein Prozess, wo es ein bisschen dauert. Aber in dem Moment, wo du den angehst, du erlebst dich dabei ja auch wirklich, wenn du einigermaßen selber reflektieren kannst und das eben halt auch abends mal reflektierst, was hast du so den Tag über gemacht, dann stellst du fest, dass du eben sehr schnell andere Dinge am Tag machst. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, die meisten sind ja mit den Ursachen, die sie erleben, nicht zufrieden. Also mit dem Ergebnis besser gesagt. Aber das bedeutet, du hast falsche Ursachen gesetzt. Das Ergebnis ist immer genau das, was du verursachst. Ursache, Wirkung. Und in dem Moment, wo du anfängst, andere Ursachen zu setzen, das hat ja was mit den Glaubenssystemen zu tun, mit der Stärkung unserer Intuition, unserer Emotion auch mehr zum Ausdruck zu bringen und mehr zu leben wieder, dieser zu vertrauen. Das ist die Ursache, die du setzt für übermorgen, über, über, übermorgen, wo du andere Ergebnisse plötzlich erzielst. Und das ist der Punkt. Erfolg ist immer da. Es gibt keinen Misserfolg. Das geht gar nicht. Weil es immer, das, was erfolgt, ist genau das, wo du die Ursache gesetzt hast. Immer. Ohne Ausnahme. Ich möchte da eine weitere Technik anhängen, die deine sehr gut ergänzt. Auch wieder, um die intuitive Schulung zu stärken. Du hast von Glaubenssätzen gesprochen. Du hast von Reflektionen gesprochen, die man am Abend machen kann, um zu sehen, wie sich der Tag entwickelte und dann natürlich auch langfristig über die Wochen oder die Monate. Geniales mentales Training oder Fitness. Da gibt es eine sehr ähnliche Übung, um die intuitiven Visionen zu schulen. Und zwar, ich nenne diese Übung die intuitive oder die mediale Tagesagenda. Das macht man folgendermaßen am Morgen, wenn man aufwacht, man liegt noch im Bett, man hat die Augen geschlossen. Man kennt ja ungefähr seinen Tagesablauf. Man weiß, von wann bis wann, was ich weiß. Und dann um 9.30 Uhr habe ich die erste Besprechung und dann fahre ich irgendwo hin und mache eine Präsentation und dann Mittagessen mit einem neuen Geschäftspartner, möglichen Nachmittag dies und jenes. Und am Abend ist dann und dann fertig. So, und dann meditiert man und man visualisiert sich intuitiv jeden einzelnen dieser Tagesabschnitte. Also, wie fühle ich mich während der ersten Besprechung um 9.30 Uhr? Und dann, was für ein Gefühl, was für eine intuitive Wahrnehmung habe ich für die Begegnung danach? Und wie fühlt sich das Mittagessen an? Und so geht man intuitiv durch den ganzen Tagesablauf, also die intuitive mediale Tagesagenda. Und am besten schreibt man sich dann die einzelnen Eindrücke, diese intuitiven Eindrücke kurz auf. Ich fühle mich nach dieser Besprechung gut. Ich habe das Gefühl, das wird sehr schwierig und ich habe das Gefühl, das fließt alles oder irgendwie ist da eine schwarze Wand. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Das schreibt man sich alles auf und am Abend, wenn der Tag hinter sich steht, dann liest man, was man zu den einzelnen Punkten aufgeschrieben hat und schaut, wie es tatsächlich auch eingetreten ist. Ich habe diese Übung vor zwei Jahrzehnten, als ich das erste Mal in Indien war, entwickelt und habe die dann sehr, sehr oft gemacht. Und es war erstaunlich, wie treffsicherer ich mit der Zeit auch wurde, weil erstens mal, ich habe gesehen, dass meine Vorahnungen, meine intuitiven Vorahnungen, dass die stimmig waren in den meisten Fällen. Zweitens, ich habe gelernt, die Sprache meiner intuitiven Visionen besser zu verstehen. Ich möchte ein konkretes Beispiel geben. Es gab dann in diesen Visualisierungen manchmal Ereignisse, die ich überhaupt nicht sehen konnte, nicht spüren konnte, sondern das war so wie ein schwarzes Brunnenloch oder wie wenn ich in eine schwarze Höhle reingucke. Und da war keine Emotion dahinter und gar nichts. Und ich habe mir das dann auch immer aufgeschrieben und ich habe dann bei der ersten schwarzen Höhle, das war vielleicht eine Besprechung, da hat kurz davor der Gesprächspartner abgesagt. Beim zweiten Mal schwarze Höhle ein Mittagessen, dann hat das Mittagessen nicht stattgefunden. Und dann wusste ich natürlich mit der Zeit, aha, immer wenn diese schwarze Höhle oder dieses schwarze Loch auftaucht, weiss ich, dass diese Begegnung oder dieses Ereignis nicht stattfinden wird. Jetzt im Alltag hat das natürlich auch einen sehr positiven Einfluss, weil wenn ich so meditiere und ich spüre dieses schwarze Loch und ich weiss, das findet nicht statt, ja, wieso soll ich dann erst 20 Minuten da hinfahren, um dann vor einer geschlossenen Tür zu stehen und dann wieder zurückfahren müssen, ohne dass ich was erreicht habe. Das heisst, wenn man zum Beispiel dieses schwarze Loch hat, bevor man da hinfährt, ruft man den anderen an und fragt, hey, kannst du überhaupt noch? Und dann sagt er, ach, wie gut, dass du mich anrufst, total vergessen, ich habe einen Zahnarzttermin, geht leider nicht, müssen wir verschieben. Dann sagt man, okay, kein Problem, aber zumindest habe ich mir diese 20 Minuten Hin- und Rückfahrt jeweils gespart. So, und ich habe dann diese Übung noch etwas weiterentwickelt. Ich habe für mich so gedacht, hm, wenn das für den Tagesablauf geht, dann muss das Dach auch für eine längere Zeitspanne gehen. Und dann habe ich zum Beispiel angefangen, so dieses intuitive Training für Reisen zu machen. Also wenn ich zum Beispiel von der Schweiz nach Bolivien oder Panama geflogen bin, dann habe ich für mich die einzelnen Reisesegmente intuitiv visualisiert. Also das von zu Hause zum Flughafen einchecken im Flugzeug und dann der Transit und durch den Zoll und dann das nächste Flugzeug und dann Gepäckausgabe. Und dann habe ich mir diese einzelnen Segmente habe ich mir auch aufgeschrieben. Hauptsächlich, ich habe mir nur dort Notizen gemacht, wo ich gemerkt habe, hm, da ist irgendwas, stimmt nicht oder irgendwas fühlt sich schwierig an. Habe ich mir aufgeschrieben, Hindernis Zoll-Fragezeichen oder etwas komisches Gefühl bei Gepäckausgabe. Ja, und dann war vielleicht beim Zoll eine Riesenschlange und dann hätte ich fast meinen Flug verpasst oder bei der Gepäckabgabe kam mein Gepäck nicht und dann musste ich ein Vermisstendeklarations, ein Vermisstformular ausfüllen. Und dann habe ich auch da gesehen, dass das zu einem sehr, sehr, sehr hohen Anteil einfach wirklich sehr treffsicher war. Und das gab mir dann natürlich auch Vertrauen eben in langfristige Visionen, weil so wie das beim Tagesablauf funktioniert und so wie das bei der Reise funktioniert, funktioniert das eben auch bei langfristigen Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel Prophezeiungen für eine geschäftliche Entwicklung oder Prophezeiungen für ein Kollektiv, eine Familie oder ein Land oder ein Kontinent, je nachdem halt. Also das sind so wunderbare Fitnessübungen, um die intuitive Wahrnehmung zu stärken. Das ist eine super Technik. Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe bei mir, wenn ich Termine mache, ich habe bei mir zum Beispiel den festen Glaubenssatz verankert, was im Terminkalender steht, findet statt. Was da nicht drinsteht, ist nicht vorhanden. Das bedeutet auch, ich trage auch meine eigenen Termine da ein, wann ich was für mich mache und so weiter und so fort. Aber ich merke eben halt auch über die Jahre hinweg, dass ich, ich habe halt quasi auch einen digitalen Kalender, wo ich den ganzen Monat sehe, wenn ich Terminplanung mache, dass ich ein Gefühl entwickelt habe, der und der Termin passt dann und dann da rein. Der und der Termin ist an dem und dem Tag besser. Und ich übertrage das Ganze dann sozusagen in meinen Zolkin-Kalender, also einen analogen Kalender, wo das auch für gewöhnlich mit Tinte reingeschrieben wird und stelle dann eigentlich fest, schau mal, die Tagesqualität passt zu dem und dem Termin. Das ist ja wunderbar koordiniert. Und ich hatte ja freie Auswahl, mehr oder weniger. Aber dann sieht man eben, dass man das dann, wenn man das eben schult, dass man ein Gefühl bekommt, ah, den und dem, das Gespräch mache ich lieber dann und dann oder zu der an der Uhrzeit. Du kriegst so quasi so ein Ja- oder Nein-Gefühl und trägst es dann oder sagst dann deinem Gesprächspartner, Mensch, dann und dann würde bei mir gehen, klappt das bei dir? Und meistens ist es ja dann so, ja, wunderbar, haut wunderbar hin. Klar, Termine verlegen sich auch mal und verschieben sich, das ist ganz normal. Aber das funktioniert. Und ich sehe es, wie es dann synchronisiert ist mit diesen Zeitqualitäten oder diesen Tagesqualitäten letzten Endes, die auch oft genau dann für den richtigen Schub nochmal sorgen. Insofern die Kombination aus beiden, ja, so tags früh schon mal reinzuspüren, wie wird der Tag wohl laufen, damit ich quasi abends mir eigene Feedback-Schleife holen kann. Hey, das hat gestimmt, ey. Wow, das Gefühl hat hingehauen. Das stärkt ja, das gibt uns ja Selbstvertrauen, gibt uns Überzeugung zu dem und dann wird das wie ein Spiel. Dann ist das irgendwie keine Übung mehr, ja, das wird dann leicht. Und dann funktionieren die Dinge auch leicht. Dann investieren wir vielleicht 20, 30, 40 Prozent weniger Energie, weil wir eben nicht den Terminkalender ständig umbauen müssen oder dann, ja, du verlegst einen Termin, musst dabei aber fünf Leute anrufen. Das verschwindet ja alles. Das ist ja auch eine Zeitersparnis letzten Endes. Und wir synchronisieren das eben halt, weil unsere Intuition ja ganz wunderbar eben auf diese Qualitäten, Energien abgreift, synchronisieren wir das automatisch oft. Ah, das steht an dem und dem Tag an oder an der und der Woche. Das ist jetzt Thema. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich erlebe das oft. Ich spreche in Sendungen über gewisse Themen, oft die, die mich selber auch irgendwo beschäftigen und so weiter und so fort. Und dann kriegst du einen Haufen Kommentare drunter. Ey, das ist genau das gleiche Thema, was mich gerade beschäftigt. Ja, das habe ich auch eben erst erlebt. Das stand bei mir nächste Woche an. Oder, oder, oder. Ja, oder vor ein paar Tagen. Und das sehen wir ja, dass gewisse Themen irgendwie im Feld stehen. Und wenn wir uns darauf ein bisschen synchronisieren, dann ersparen wir uns oft so ein bisschen Frust, Ärger oder dieses Sand im Getriebe. Ja, wo du sagst, ja, es geht schon irgendwie, aber es knirscht ganz schön, wenn die Zahnräder auseinander gehen oder zusammen. Und wenn das frei läuft, dann macht plötzlich auch alles viel, viel mehr Spaß, weil wir dann in so einen Flow reinkommen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Auch nicht nur während der Arbeit, sondern in allen Tätigkeiten. Wenn wir das in so einem gewissen Flow machen, dann wissen wir alle, drei, vier Stunden sind plötzlich weg. Du hast vielleicht intensiv wirklich eine Tätigkeit ausgeübt, gearbeitet, aber es kommt ja vor wie eine halbe Stunde. Und das sind dann einfach die Momente, wo man sich richtig freut, wo man merkt, wow, es geht was voran. Ja, und diese Tagesqualität, komme ich in den Sinn, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch etwas schwierig greifbar, wie man diese spüren oder sehen kann. Und da gibt es ja wunderbare Hilfsmittel. Also ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mit dem Meierkalender gearbeitet. Und der benutze ich auch jetzt manchmal noch, der arbeitet ja mit den Tagesenergien, die auch die Tagesqualitäten zeigen. Wer mit dem Meierkalender nicht vertraut ist, man kann das auch mit den Tarotkarten machen, man kann das mit dem I Ching machen, man kann das mit der Astrologie machen, indem man im Vorfeld dann schon die Tagesqualitäten erkennt und spürt, eben ist das jetzt eher ein Tag, der extrem dynamisch und extrovertiert und aktiv und kreativ ist oder ist das ein Tag, der eher in die Stille rückziehend und ruhig ist. Und ich habe auch gemerkt, dass das eben auch kollektiv von sehr vielen wahrgenommen wird. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Wetter, diese unterschiedlichen Tagesqualitäten. Also wenn die Tagesqualität Regen und Wolken und Wind ist, dann mache ich meine Geburtstagsparty nicht draussen, sondern dann organisiere sie ich bei mir in der Stube. Oder diese Qualitäten, die gibt es ja auch für die Wochen. Also es gibt auch, so wie beim Wetter ja auch, da gibt es ein Tief zum Beispiel und dann sieht man in der Wettervorschau, aha, kommende Woche ist relativ durchzogen, also nicht vorteilhaft für einen Zeltcamping-Ausflug, sondern da warte ich lieber und kriege dafür in ein Spa-Hotel und lasse mich verwöhnen, weil es sieht nach kalt und nach Regen aus. Und das ist natürlich mit den Tages- oder Wochenqualitäten auch. Also man kann sich in diese Energien rein sintonisieren. Und ich habe gesehen, Patrick, dass du bei dir auf deinem Telegram-Kanal benutzt, du arbeitest ja oft auch mit den Tagesqualitäten des Mai-Jahr-Kalenders. Ja, die Woche jetzt nicht, weil ich einfach schlichtweg nicht dazu gekommen bin, das vorzubereiten, weil es schon auch einen gewissen Zeitaufwand bedarf, weil ich eben nicht nur die Qualität reinschreibe oder was haben wir heute für ein Kien und was steckt letzten Endes für ein Archetyp vielleicht dahinter, sondern schon auch versuche, das ein bisschen auszuformulieren, damit man was anfangen kann damit. Bin ich aber einfach die Woche nicht dazu gekommen. Aber für diejenigen, die das interessiert, hier unten findet ihr den Telegram-Kanal. Für gewöhnlich morgens um sieben kommen die Tagesqualitäten mit in der Beschreibung dazu. Was macht es mit uns? Hin und wieder auch mal ein paar Handlungshinweise oder Empfehlungen. Was kann man jetzt tun, um das zu unterstützen? Für gewöhnlich packe ich auch das ein oder andere Produkt noch dazu, was das unterstützen würde. Oder eben halt einen unserer Ionetic-Tracks mit dazu, dass man sagt, okay, das unterstützt dieses Thema. Höre das einfach mal eine halbe Stunde, Stunde am Tag früh. Wenn du aufgestanden bist, wird dich unterstützen dabei. Also ich mache da weiter auch auf der Homepage unter Tagesqualitäten, Daily News reinblenden. Tagesqualitäten stehen sie dann für gewöhnlich auch drin. Und auf allen anderen Plattformen kommen sie dann meistens dann, wenn ich sozusagen dann meine Postings frühmorgens mache, um 10 Uhr morgens und vielleicht manchmal ein bisschen eher, manchmal ein bisschen später. Aber ja, dadurch, dass ich mich damit beschäftige, synchronisiere ich mich ja automatisch damit und lebe und versuche auch, diese Qualitäten mitzunehmen. Das heißt, wenn ich schon in der Vorbereitung lese, oh, was weiß ich, ich mache das Sonntag fertig für die Woche. Am Mittwoch zum Beispiel ist ein super Tag für Kommunikation und so weiter und so fort. Dann versuche ich eben an dem Mittwoch die Themen zu klären. Meine privaten Gespräche, die ich führen möchte, muss, oder eben halt auch die geschäftlichen Gespräche. Dann versuche ich das da schon reinzulegen, weil ich sehr wohl weiß, dass diese Energie das einfach mitnimmt. Und wenn du jetzt einen Tag hast, wo es eher darum geht, Müßiggang, nichts zu tun, da versuche ich eben nicht dann 20 Termine am Tag zu machen, weil das ist an dem Tag einfach nicht dran. Und so haben wir auch dieses Thema, obwohl ich das heutzutage ein bisschen anders sehe, Work-Life-Balance, aber wir haben eben dann trotzdem diese Phasen innerhalb der Woche oder des Monats, wo wir sagen, an dem Tag sei intensiv. Hol die Leidenschaft raus, nutz das Feuer in dir vorwärts, gib Gas. Und es gibt die Tage, wo es eben um die Besinnung geht, wo es um reine Herzensangelegenheiten geht, wo es darum geht, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und das eben in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis. Ich sehe das mittlerweile so, dass es eben nicht 50-50 sein muss, zumindest nicht für mich. Es braucht nach intensiven Tagen, braucht es natürlich den einen oder anderen Tag auch mal der Ruhe wieder. Aber ich habe das bei mir erlebt, dass das so Phasen sind eher bei mir. Drei Monate, vier Monate Vollgas und dann ist mal ein Monat dabei, wo man sich ein bisschen zurücknimmt, wo man einfach weniger macht. War jetzt bei mir zum Beispiel im August, das Wetter war toll, die meisten Menschen waren eh im Urlaub. Ja gut, dann nimmt man sich selber mal ein bisschen raus aus dem Prozess. Wieso denn auch nicht? Da muss man es ja nicht erzwingen. Aber das erlebe ich eben genau mit diesen Tages-, Wochenqualitäten, wie wunderbar synchronisiert das meistens ist. Oder sehr häufig sogar. Und deswegen funktionieren die Dinge dann einfach auch auf einem gewissen Grad mit, ich sage das immer, das ist wie Rückenwind. Der Rückenwind ist nicht stark genug, um dich in Bewegung zu bringen. Das macht er nicht. Aber wenn du einmal am Laufen bist, sparst du beim Laufen einfach ein bisschen Energie, weil von hinten einfach ein bisschen Unterstützung kommt. Und so muss man sich das vorstellen. Und ich nutze das sehr gerne. Sehr schönes Bild mit dem Rückenwind, weil dann muss man weniger Aufwand machen, kommt viel schnell, trotzdem effizienter weiter und hat dementsprechend auch mehr Energie, um vorwärts zu kommen und weiterzumachen. Und damit weitermachen, denke ich auch, ist ein nächster wichtiger Schritt, ist auch die bewusste Verbindung zwischen dem mentalen Fitness und der intuitiven Vision. Also das eine ist eben diese Gedankentrainings, wie wir es besprochen haben. Das andere sind dann auch die intuitiven Techniken, die wir schon besprochen hatten. Und der Schlüssel zum ganzheitlichen Erfolg ist dann tatsächlich auch so dieses Zusammenführen. Und das ist auch manchmal tricky für den einen oder anderen, weil entweder findet man sich extrem auf der mentalen Ebene und hat dann aber Mühe oder Schwierigkeiten, auf die intuitiven Visionen zu hören oder man ist sehr feinfühlig, feinhörig, sehr visionär, aber hat dann Schwierigkeiten, diese Visionen auch in den Alltag einzubinden. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch täglich die zwei Bereiche trainiert und übt und auch Techniken macht, wie man diese dann zusammenbringen kann. Also eben wie jetzt zum Beispiel das mit diesen Tagesqualitäten vom Maia-Kalender zum Beispiel oder Wochenqualitäten, wo man sieht, gut, das ist die energetische Vision, wie integriere ich diese in den mentalen Alltag? Oder das Remote Viewing, ich habe diese und jene Bilder für meine intuitive Agenda, wie integriere ich das nun in meinen Alltag? Aber umgekehrt auch, wenn ich ganz klare mentale Ideen und Vorstellungen habe, aber dazu noch keine intuitive Eindrücke, dann mache ich es umgekehrt, dann kann ich auch vom Mentalen her ins Intuitive gehen. Das heisst, ich habe meine konkreten Ideen, wie was sein sollte, nicht unbedingt muss, weil wenn man dann intuitiv damit arbeitet, merkt man, dass das eine oder andere angepasst werden soll, dass ich habe meine konkreten Vorstellungen, dann meditiere ich damit, ich mache Remote Viewing, ich mache eine Astralreise, ich visualisiere die Entwicklung und sehe, wow, das fühlt sich alles total entspannt und easy an und dann fließe ich damit oder ich spüre, das ist in meinen Bildern total knorzig, wie zum Beispiel das schwarze Loch als Beispiel vorhin, das ist so nicht oder wenn ich dann die Wochenqualität oder die Tagesqualität dazu nehme, dann sehe ich, diese Art von Plänen für diese zwei Tage, und es sehe nicht so erfolgsversprechend aus, dass ich dann auch bereit bin, meine mentalen, meine rationalen Ideen und Vorstellungen den intuitiven Visionen anzupassen. Also für mich ist Ratstier und Intuition, das sind wie zwei Geschwister oder wie ein eingespieltes Paar, zumindest so sollte es sein. Also zwei Geschwister, die wissen, der andere ist da, auf den kann ich mich vertrauen, mal ist der in Führung, mal ist der in Führung, dann sind sie mal zusammen in Führung, dann sind sie mal zusammen im Urlaub und mit einem Pärchen natürlich auch. Also man sollte auch immer darauf achten, dass eine bewusste und klare Kommunikation zwischen diesen zwei Aspekten besteht, die unterstützen sich, die bestätigen sich, ja, und die helfen sich natürlich auch beim gegenseitigen Wachstum und die sind auch den Schlüssel zum ganzheitlichen Erfolg. Ganzheitlichen Erfolg ist, das fängt meines Erachtens damit an, dass man intuitiv spürt, welches die eigenen Talente, die eigenen Begabungen und Veranlagungen sind. Und dann versucht man halt auch diese im Beruf oder in der Berufung auszuleben. Und wenn man dann diesen Weg und wenn man dann diese intuitiven Gefühle, die Eingebungen hat, was die Veranlagung, die Begabung sein könnte, dann wäre der mentale Bereich zu sehen, gut, und wie integriere ich das nun in meinen Alltag? Wie, welche Techniken gibt es da? Welche Menschen könnten mich dabei unterstützen? Und dass man dann diesen Weg so anfängt zu gehen und dann wechselt sie sich ab, dann, wenn man auf dem Weg ist, bekommt man intuitive Inputs, wie man den Weg gestalten kann und dann das Ratio oder der mentale Bereich hilft einem dann beim Umsetzen extern in der Welt. Und so ist das ein konstantes Geben und Nehmen und einen konstanten Austausch. Und dann ist natürlich der eine Teil des Erfolges die Zufriedenheit, die Erfülltheit, weil man sieht, wow, das macht mich glücklich, was ich hier mache, das macht mir Spass. Und man sieht auch, wow, ich kann andere Menschen inspirieren, das macht denen Spass, das macht denen Freude. Und das Leben ist ein Geben und Nehmen. Und dann habe ich dementsprechend natürlich auch eine Rückmeldung durch die Entgeltung, die ich bekomme, die Bestätigung, die ich bekomme, die Unterstützung, die ich bekomme. Und umso mehr kann ich den Menschen auch wiedergeben. Also dieser ganzheitliche Erfolg, der ist grenzenlos, könnte man fast sagen. Ist er ja auch. Ich finde gut, dass du das nochmal herausgestellt hast, dass es so Phasen gibt, wo wir mehr in der Intuition sind und dann vielleicht auch mal mehr in der Ratio. Und dass das nicht zwingendermaßen am Tag in der Balance sein muss. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wenn man sich selber kennt und sich bewusst macht und mit diesen Techniken, die du auch gerade gesagt hast, ein Stück weit arbeitet, dann bekommt man eben auch von sich selber raus, wann diese Phasen eben sind. Wo man weiß, ah ja, okay, jetzt werde ich wahrscheinlich die nächsten Wochen eher, ja, Power, Ratio, auch im Denken sein. Dann nutze ich das eben halt auch, um gewisse Qualitäten aufzubauen in meinem Leben. Und dann wird es wieder Phasen geben, wo diese Ruhephasen sind oder mehr das Intuitive vorhanden ist, wo also Ideen und Kreationen entstehen, die dann später ja wieder umgesetzt werden müssen. Und man kann dann für sich so eine Phase eben halt auch durchaus in einer Woche oder in einem Monat oder über das Quartal hinweg spürt man dann für sich, ah, das und das und die und die Phase kommt dann und dann und dann. Und dann organisiert man sich eben halt dementsprechend. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir anfangen generell. Also für diejenigen, die zumindest in den Bereichen fitter, mentaler, erfolgreicher sein wollen, sagen, es geht nicht ohne Struktur am Tag oder in der Woche. Deswegen empfehle ich jedem eben halt auch, jeden Termin auch wirklich zu notieren. Also auch deine halbe Stunde Meditation da rein zu schreiben. Ich würde es am Anfang sogar massiv übertreiben, indem du nahezu jede Tätigkeit, die du ausführen möchtest oder Arbeit, die du erledigen möchtest, wirklich notierst. Sei es jetzt abwaschen oder eine Rückzugsphase, hey, ist jetzt eine halbe Stunde für mich oder ich lese jetzt eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde dieses Buch, weil ich das bis zum Ende der Woche durchlesen möchte, weil ich mir vorgenommen habe, keine Ahnung, 100 Bücher im Jahr zu lesen. Da musst du dich eben dementsprechend strukturieren. Und dann geht das auch. Irgendwann ist diese natürlich übertriebene Strukturierung gar nicht mehr notwendig, weil wir dann eben genau gelernt haben, intuitiv damit umzugehen. Aber am Anfang würde ich das wirklich übertreiben, damit der Körper erst mal lernt und auch der Verstand und die Intuition sich darauf abzielen, was will ich? Und das ist ja eigentlich letzten Endes die Frage, die wir hier versuchen zu beantworten oder Impulse zu geben, damit das Leben eben halt auch besseren Drive bekommt, dass du nicht nur erfolgreicher bist im Business, sondern in deinen Partnerschaften, in deinen Freundschaften, erfolgreich einfach auch mit dir selbst im Reinen bist und zufrieden bist. Und das geht eben genau durch diese sehr klare Strukturierung, die du dann nach und nach natürlich, wenn du das gelernt hast, im Training warst, auch ein Stück weit wieder zurückfahren kannst und es funktioniert ja dann trotzdem. Aber das tun wir nicht und deswegen ist es, glaube ich, bei vielen Menschen eben das Problem, dass sie sich Sonntagabend oder Montag etwas vornehmen und Freitag festgestellt haben, naja, irgendwie habe ich aber weniger als die Hälfte davon irgendwie umgesetzt, weil wir es uns nicht vorgenommen haben, weil wir uns nicht das Ziel gesetzt haben, dann und dann mache ich das, dann und dann mache ich das. Ich habe am Anfang mir das ausgedruckt, dann so einen Tagesplan und wirklich abgehakt, hey, erledigt, erledigt, gemacht. Das Schöne dabei ist, du bekommst ein unglaublich gutes Gefühl dabei, weil du eben für dich überprüft hast, was hast du getan? Ja, ich sage mal jetzt mal vielleicht so ausgedrückt, der Arbeiter, der mit seinen Händen arbeitet, der ein Haus baut, eine Straße baut, einen Garten schön macht, der sieht abends das Ergebnis, ja, der spürt es auch im Körper. Büroarbeit, E-Mails abarbeiten, eine Recherchearbeit zu machen oder irgendwas in diese Richtung, das erleben wir nicht so unmittelbar, aber in dem Moment, wo du es abhackst, weil du es erledigt hast, hast du eben genau dieses gleiche Erfolgserlebnis, also die Endorphine sind da, weil du guckst einen Tag drauf und denkst dir, wow, ich habe das vielleicht gar nicht für möglich gehalten, diese ganzen Sachen an einem Tag zu schaffen und dann hast du es aber geschafft. Es gibt wieder Selbstvertrauen, gutes Mindset und bestätigt dich in diesen Dingen, stößt eben dementsprechend Glückshormone aus, ja, die dich dann natürlich den nächsten Tag weitertragen, den nächsten Tag. Und wenn du das mal ein halbes Jahr gemacht hast und dann am Ende wirklich mal geguckt hast, was du alles geschafft hast, egal in welchem Bereich, jetzt, ob es jetzt, wie gesagt, auf der privaten Ebene oder im Business ist, spielt keine Rolle, funktioniert ja auf beiden Ebenen, dann wirst du erstaunt sein, was eigentlich durch eine sinnvolle Strukturierung, klare Zielstellungen, ja, und dann im Einklang mit Emotionen und Intuition, was eigentlich möglich ist, was man erreichen kann. Und die meisten leben aber eher so ein bisschen, sei mal ehrlich, so ein Alltagstrott. Ja, das mache ich irgendwann morgen. Irgendwann. Und irgendwann ist ein sehr gefährliches Wort. Denn irgendwann bedeutet eben nichts Konkretes, meistens wird es aufgeschoben, ja, oder gar nicht erledigt. Ist einfach so. Ich habe die gleiche Erfahrung auch gemacht. Und sei froh, wenn mal dein Terminkalender voll steht, ja, und du es abgehakt hast. Hey, das erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Und das gibt uns diesen Auftrieb, ja, in diese Positivspirale rein, was eben dann unmittelbar sehr schnell, aus meiner Meinung nach heraus, sehr schnell eben für diesen Flow-Zustand sorgt. Das geht dann wie von alleine. Weil du dich konzentrierst und fokussierst, ja. Nicht alles auf einmal, sondern das ist jetzt dran. Und wenn das eben das Kapitel ist, das Buch ist lesend, dann lese ich es jetzt auch. Dann hake ich das ab, dann mache ich meine E-Mails oder was auch immer. Das mit dem Irgendwann, das erinnert mich an eine Ausdrucksweise hier in Südamerika, also in Zentralamerika, Südamerika, Spanien teilweise auch. Manjana, das heisst ja morgen. Und wenn man hier mit den Handwerken arbeitet oder irgendwas macht, wann kannst du das erledigen, wann kommst du vorbei, dann sagt er Manjana. Und Manjana heisst ja sprichwörtlich morgen. Ja, und dann wartest du halt am Tag darauf, dass er dich anruft oder dass er vorbeikommt. Und irgendwann muss ich dann einfach lernen, dass hier in dieser Kultur Manjana bedeutet nicht heute. Also wenn er sagt Manjana, dann ist das für ihn so wie das, was du vorhin gesagt hast mit Irgendwann. Und unterdessen, wenn dann einer mir sagt Manjana, dann nehme ich das auch nicht mehr an, weil ich habe in den Jahren gelernt eben Manjana, das kann auch erst sein, wenn er halt gerade Lust und Zeit hat. Und dann sage ich, nee, also mach das ein bisschen genauer, dass Manjana, wenn du schon Manjana sagst, gib mir eine Uhrzeit und sonst sage mir halt lieber übermorgen und gib mir dann eine Uhrzeit, weil sonst stehe ich blöd da, wenn ich auf ihn warte und er kommt nicht. Und das mit dem Thema Übertreiben, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hier finde ich auch total spannend, ist auch gut, Übertreiben ist ja auch die Disziplin, sich eintrimmen, wie man so schön sagen kann. Dasselbe gibt es ja auch beim Spirituellen oder beim Intuitiven. Also es gibt ja ganz viele Meditationstechniken und die gehen teilweise so weit, dass sie dir sagen, welches Mudra du wie halten musst und Lotus sitzt und oranges Kleid und mit und ohne Unterwäsche und den großen, den kleinen Finger so und den Mittelfinger so und nach Osten blickend oder nach Südwesten, wenn du dies oder jenes möchtest. Das sind auch so ein bisschen diese Übertreibungstechniken, wie eben auch das Eintragen in der Agenda abwaschen und Pflanzen gießen und sowas. Und irgendwann auch beim Meditieren merkt man, das ist zwar schön und gut, aber dem höheren Selbst ist es eigentlich scheißegal, welche Fingerposition man hat. Ja. Also dann kann man dann kann man auch meditieren mit geschlossenen Augen im Bett liegend oder auf einem Baumstamm sitzend, um mit dem höheren Selbst in Verbindung zu kommen und dann geht das genauso gut. Das ist eben so ein bisschen auf der feinstofflichen Ebene dieses Übertreiben, das sich dann irgendwann lösen kann. Das ist sicher wichtig, speziell für uns Westler, die wir so viel im Kopf haben und dann brauchen wir diese strengen Disziplinen, eben Finger so, Schneider sitzt, dies, jenes, nach Osten, nach Süden blickend, weil dann geht das Meditieren besser. Aber irgendwann merkt man, das braucht es gar nicht. Ich kann genauso gut meditieren, wenn ich sitze, liege, mit dem Hund spazieren, Baum angucke, mit offenen oder geschlossenen Augen, und wenn die Verbindung zum höheren Selbst stimmt und ausgeglichen und stark ist, dann können solche Vorgaben unterstützend sein, aber sind nicht notwendig, weil, und dann kommt das Ganze, dann wird es einfach auch ein bisschen entspannender, auch dieser meditative Anteil, weil man merkt, ja, es braucht gar nicht so dieses, eben leicht übertriebene, manchmal auch. Und das bringt auch Entspannung in die Seele, als wohl auch Entspannung in den Geist, in den Ratio, in den Kopf und dann fließt alles noch viel besser, weil es dann auch nicht nur strukturiert funktioniert und arbeitet und ganzheitlich erfolgreich wird, sondern weil es einfach auch intuitiv spielerisch in diese Richtung, in diese ganzheitliche, erfolgreiche Richtung gehen kann. Ja, wir holen ja die Verantwortung damit wieder zu uns, in dem Moment, wo der Körper, Geist, das Mentale, das Intuitive gelernt hat, eben mit dieser Struktur klarzukommen und erfolgreich das implementiert hat ins eigene Leben, braucht es dieses Dogma natürlich nicht mehr. Dann bist du eben diszipliniert. Du weißt, wenn du in Gedanken einen Tag vorher gesagt hast, das erledige ich morgen, dann erledigst du das auch morgen. Ein hochrangiger Militärtyp, ich glaube aus Amerika war es, hat man in einer Rede gesagt, wenn du Großes im Leben vorhast, achte auf die kleinen Dinge, ob du sie erledigen kannst. Also sinngemäß so, wenn du nach dem Aufstehen nicht in der Lage bist, dein Bett sozusagen vielleicht schön zu machen wieder oder sonst irgendwas. Wie willst du große Dinge in deinem Leben verändern, wenn du schon an den kleinen Dingen scheiterst? Ein anderer Ausdruck, den ich mal gehört habe, ist, wenn du schon an deinem Wecker scheiterst, ja, wenn du gegen den schon verlierst, ja, was willst du denn, hör auf dir große Dinge vorzunehmen. Du wirst sie nicht erreichen, du wirst sie nicht umsetzen, wenn du nicht in der Lage bist, auch die kleinen Dinge eben anständig strukturiert oder eben wie auch immer du das haben möchtest, auch wirklich zu erledigen. Ja, wenn der Wecker schon dein erster Gegner ist und du hast verloren, weil du den aller zehn Minuten, ja, ich brauche noch eine halbe Stunde, noch eine halbe Stunde oder noch zehn Minuten, vergiss es, du kommst, das kann ich prophezeien, du kommst im Leben nicht weiter. Warum? Weil dir eben die geistige, mentale Struktur fällt, diese Dinge auch anzugehen, und dann kommst du auch nicht in die Emotionen oder in die Intuition rein, weil du dann sehr gehetzt bist. Ja, du kennst ja diese Menschen, die sagen, oh, das muss ich noch machen und das und das und das und dann machen sie alles zur gleichen Zeit und wundern sich, dass nichts von denen wirklich vernünftig funktioniert hat. Ja, weil das nicht funktioniert. Ja, Fokus funktioniert eben auf eine Sache, anständig machen, durchziehen. Das ist wie im Fitnessstudio. Ich habe jetzt nicht das Glück, dass ich eins im Haus habe oder ich muss also in den übernächsten Ort fahren. Aber dann sage ich mir, okay, ich habe jetzt den Rucksack schon gepackt, meine Sportklamotten sind da drin und jetzt bin ich ja schon da. Jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt unterhalte ich mich erst mal zehn Minuten lang mit irgendjemandem, der da ist, check noch mal meine E-Mails, vielleicht ist ja doch noch was abzuarbeiten, was jetzt in der Stunde unbedingt noch zu machen wäre. Nein, ich bin ja mit einem Ziel dorthin. Also nehme ich mir die Stunde Zeit und mache gar nichts anderes. Ich lege los. Und dann nutze ich diese Stunde intensiv vorwärts schaffen. Mehr braucht es dann für gewöhnlich ja auch gar nicht mehr. Und so ist es mit allen Themen im Leben. Wenn wir die Kleinigkeiten eben nicht genauso wert beimessen wie die großen Pläne. Naja, wie gesagt, wenn es im Kleinen schon scheitert, wird es im Großen never ever funktionieren, weil du da mit anderen Herausforderungen zu tun hast. Also gilt es eben erst mal die Kleinigkeiten zu trainieren. Das ist wie Zähneputzen. Wir machen das ja auch intuitiv. Wir wissen, okay, muss sein. Punkt. Und sowas. Dass wir diese Dinge verankern in unserem System als Standortroutine. Okay, so ist es eben. Und dann wird das irgendwann, denkst du darüber nicht mehr nach, sondern tust es. Und dann brauchst du natürlich jetzt auch keinen straff organisierten Plan. Dann bist du selber organisiert und du erkennst den Wert und du erkennst den Wert auch in deiner Zeit. Das ist ja wichtig. Du weißt, warum du etwas machst, welchen Sinn dahinter steckt, was das höhere Ziel ist. Dann hast du auch kein Problem, eine Stunde, zwei Stunden oder mehr da zu investieren, weil du weißt, wofür. Und du hast eben dieses positive Gefühl zu wissen, hey, es ist erledigt. Und die meisten kennen das Gefühl. Sie schieben ein Dreivierteljahr ihrer Steuererklärung auf, aber in der Minute, wo sie sie abgeben, wenn es erledigt ist, dieses Gefühl, oh Gott sei Dank, es ist geschafft, es ist erledigt. Dieses Gefühl zu speichern und aber bei jeder Tätigkeit versuchen zu kreieren, egal wie belanglos sie vielleicht am Tag erscheint, dieses Gefühl zu erzeugen, erledigt, dann geschafft, nächstes Thema, nächstes Thema. Das bringt uns so schnell, so schnell voran, egal auf welcher Ebene wir uns weiterentwickeln wollen, dass es dann anfängt, echt Spaß zu machen. Ja, das ist ja auch das, das hat mit Charakter zu tun, das hast du gesagt, dass man sich so klar ausrichtet und weiß, wie man das, wie man was machen sollte. Das erinnerte mich an, ich war, Mitte 90er Jahren war ich in Indien eingeladen, in einem Ashran, an einem Jugendkongress für Leadership, das hieß Youth Congress for Leadership und da waren Delegationen, Jugenddelegationen aus der ganzen Welt eingeladen, ich war da für Peru, jedes Land hat seine Abgeordneten geschickt, ich habe damals in Bolivien gelebt, aber Bolivien hatte seine Delegation schon, die peruanische Delegation, die hatten intern dann plötzlich Schwierigkeiten und dann haben die Peruaner mich geschickt. Und das war ein total spannender Kongress, da waren Wirtschaftsführer aus dem fernen Osten, aus Singapur, aus Malaysia, da waren auch Schriftsteller, da war ein indischer General, also da waren wirklich Top-Leute aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und auch Kunst. Und ich war an verschiedenen, man konnte dann verschiedene Seminare und Kongresse besuchen, es ging immer um Leadership und ich war dann bei dem einen, das war ein Inder, der auch ein General und da ging es um das Thema Erfolg. Und er sagte, und das hat sich bei mir in mein Bewusstsein eingebrannt, weil ich fand die Aussage sehr wichtig, er sagte, 80% bis 85% des Erfolges sind Charaktereigenschaften, also genau Disziplin und 15% bis 20% sind Wissen. Also dass das tatsächlich, ob jetzt die Zahlen, die er da hatte, auch genau so stimmen oder nicht, das sei dahingestellt, aber es zeigt ganz klar eben, dass das für Erfolg, dass die Disziplin, die Klarheit, der Charakter schlussendlich viel wichtiger sind als die jahrelangen Studien an irgendwelchen Eliteuniversitäten, und ich sehe, dass ich auch ganz viel hier in Südamerika oder überhaupt bei Kunden von mir, dass wenn die ihre Kinder an irgendwelche Internate schicken oder Elitenschulen, dann ist das, weil ich kenne ja viele meiner Kunden schon über Jahre und ich habe das auch immer wieder beobachtet, es ist nicht eine Frage oder nicht nur eine Frage schlussendlich der Schule, die man besucht, weil ganz viele von denen haben gute Schulen, haben Eliteuniversitäten besucht von den Kindern, aber da gab es genauso viele, die dann eben zu nichts gebracht hatten, obwohl sie eine super Schule hatten und andere, die vielleicht jetzt keine Möglichkeiten hatten, eine solche Schule zu besuchen, aber einfach dieses Durchsetzen, dieses Sich-Einsetzen an etwas Glauben, die sind dann viel weiter gekommen, also eben eine rein intellektuelle Grundlage ohne den Charakter dahinter und die gesunde Universität reicht zum Erfolg nicht. Deswegen ist es wichtig, dass das sehr ausgeglichen und sehr harmonisch ist, dass die alle miteinander zusammenarbeiten, Ratio, Intuition und eben der Charakter dahinter, das wäre dann der Motor, der treibende Motor, der diese Aspekte nach vorne bringt, um dann eben das alles ganzheitlich erfolgreich umsetzen zu können. Ja, genau das ist es. Sein, Tun, Werden. Ja, die Dinge. Erst die Idee, die Vision, das Gefühl, Umsetzung, Ergebnis, wieder von vorne. Was nützt dir das intellektuelle Wissen darum, wie man einen Fußball ins Tor bekommt, wenn du nicht hingehst und ihn trittst, nützt dir nichts. Du wirst nie das Tor erzielen. Und das ist auf jeder Ebene das Gleiche. Erst unsere Intuition, Gefühl, Vision, also unsere mentalen Themen und dann kommen die körperlichen Aspekte, dass du es umsetzt, in die Realität bringst. Und natürlich, du kombinierst dann ständig diese beiden Prinzipien. Mal eben, bist du mehr am Sein, mal bist du mehr am Tun. Aber aus diesen beiden Prinzipien wird immer etwas. Das ist dann das Dritte. Ja, und du hast immer ein Ergebnis. Und solange du merkst und dich immer wieder abgleichst, ist das Ergebnis zufriedenstellend, so wie es haben wollte. Wunderbar, mach so weiter. Wenn du plötzlich andere Ergebnisse erzielst, die du nicht möchtest, dann schaust du in einen dieser beiden Aspekte rein. Ist meine Vision, Intuition, ist das Gefühl dazu noch das Richtige? Ja, und oder auch in das körperliche, Materielle, habe ich das richtige Werkzeug? Bin ich in der Lage, das zu tun? Ja, bin ich körperlich stark genug, fit vielleicht und so weiter, und das umzusetzen? Wenn nicht, okay, dann weißt du, wo die Baustelle ist. Und dann erzielst du eben deine Ergebnisse nach und nach. Egal, wie sagt auf welcher Ebene, ob das jetzt nun im geschäftlichen Bereich ist oder mit Freunden, im privaten, im Hobbybereich, was auch immer. Diese Techniken sind ja universell und sind dafür da, uns das Leben ja eben am Ende zu bereichern. Vielleicht ein letzter Tipp zum Abschluss der Sendung. Beschäftigt euch auch mit den hermetischen Gesetzen. Davon gibt es sieben Stück. Wenn man die begriffen hat, worum es dabei geht und sie täglich anwendet, ja, und immer mehr auch in dieses Thema reinkommt, ja wunderbar. Für diejenigen, da kann ich jetzt schon mal einen kleinen Forecast geben, die da mehr wissen wollen. Erstens gibt es super Bücher dazu. In Kooperation mit der Deutschen Heilerschule ist jetzt aber ein Audiokurs entstanden rund um die sieben hermetischen Gesetze mit Übungen und du kannst dir eben quasi per Audio wird das immer wieder wiederholt. Worum geht es bei dem Gesetz? Wie wendest du es am besten an? Was gibt es für Beispiele? Wie setzt du es in deinem Alltag um? Zack, erledigt nächstes Gesetz und arbeitet damit. Es sind nun mal die universellen Geschichten und wenn man die zur Anwendung bringt, und sie durchdrungen hat, was sie eigentlich aussagen, dann sage ich das jetzt mal aus meiner Perspektive heraus. Dann ist das, was du sagtest, ganz vor Anfang. Dann ist vieles, 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 vieles nicht mehr unmöglich, sondern vieles rückt plötzlich in die Denkbarkeit, in die Fühlbarkeit, in die Umsetzbarkeit, weil wir dann eben die Regelmechanismen kennen, wie wir das zu tun haben. Eigentlich ist es nicht so schwer. Es ist viel, viel leichter als die meisten glauben und genau deswegen funktioniert es bei vielen nicht, weil wir eingetrichtert bekommen haben, es muss mordsmäßig kompliziert sein. Ich muss unglaublich viel tun, um irgendwas zu erreichen. Weniger ist oft mehr. Ja, ist einfach so. So ist das. Sehr schön. Martin, möchtest du noch was ergänzen oder hast du noch den nächsten Kurs? Was treibt dich in der nächsten Zeit um? Worauf fahren die Leute vielleicht ein bisschen mehr über dich? Was kann man da noch mitnehmen? Gibt es da irgendwas Neues? Also ich denke, zum Thema fühlt sich für mich sehr rund an. Da fühle ich, dass gesagt ist, was gesagt sein wollte. Und sonst im Moment, ich bin jetzt in Panama, ich habe im Herbst wieder Europa, aber im Moment habe ich mal Kurse und Webinare alles ein bisschen nach hinten geschoben, weil, wie wir auch gesagt haben, es gibt Momente, da spürt man aktiv sein und organisieren. Und andere Momente, da ist es eher so ein bisschen so das Fließen lassen und sich öffnen für Neues und auf neue Horizonte hinblicken. Da bin ich jetzt dabei. Also so gesehen jetzt groß was geplant nicht, außer einfach immer wieder für mich Neues zu erlernen. Und ich freue mich natürlich auch immer auf unser Konzept hier, weil das ist auch immer sehr inspirierend. Und ich fand auch die Idee von dir gut mit dem Live-Abend für Remote Viewing. Also wenn ihr, liebe Zuschauer, das spannend findet, dann gebt uns doch Bescheid in den Kommentaren der sozialen Netzwerke oder auch per E-Mail. Und dann können wir, wenn die Resonanz stimmt, finde ich das eine sehr gute Idee und würde ich mich auch darüber freuen. Danke für den Hinweis. Viel mehr hätte ich jetzt nämlich auch nicht mehr loswerden wollen. Danke für euer Dasein. Schreibt es bitte, wie gesagt, alles in die Kommentare rein. Gebt dem Video wie immer einen Daumen. Verteilt es, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch gerne weiter. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in diese Richtung Oktober. Nicht nur mit einer weiteren Sendung zu Kaleidoskop, sondern planen mal irgendwie im Oktober mit ein, mal so ein Live-Abend rund um das Thema Remote Viewing. Ich denke, das kann eben vielen auch nochmal eine Bereicherung sein, den Horizont öffnen und auch eine durchaus geeignete Technik, um nochmal ganz andere Sprünge in seiner Persönlichkeitsentwicklung auch zu machen. Dafür eignet sich das ganz hervorragend. Sehr schön. Ich fand es auch wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit, auch wenn du gerade eben in deiner musischen Phase bist. Wunderbar, dass du dir die Zeit auch trotzdem nimmst. Freut mich ganz besonders. Schön, dass wir uns wieder gesehen haben und freue mich auf die nächste Sendung mit dir, Martin. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Das Gleiche gilt euch. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.